Musik Michael ist jetzt seit 131 Tagen hier in Untersuchungshaft und offensichtlich aus rein politischen Motiven, wie wir uns einig sind. Deswegen haben wir beschlossen, regelmäßig hier zu sein, wenn es geht so um einen groben 14-tätigen Rhythmus. Die nächste Demo wird sein am Michaels Geburtstag, das wird der 23.11. sein, an einem Mittwoch. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben auf jeden Fall beschlossen, wie gesagt, es geht weiter, wir werden, solange es nötig ist, sagen wir mal so, wir hoffen natürlich immer, wir müssen nicht mehr kommen, aber solange es nötig ist, machen wir weiter, solange bis Michael wieder auf freien Fuß ist. Die Gedanken sind frei, drum will ich auch immer den Sorgen entzagen. Freiheit für Israel, Beine weg! 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 Hei! 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 He Untertitelung des ZDF für funk, 2017